Hey was geht ab meine Freunde und herzlich willkommen ich hoffe euch geht's gut und heute erkläre ich euch wie man ganz ganz einfach jeder Duffelback auf ein anderes Outfit litschen könnt. Habt ihr Probleme? Lasst es mich gerne wissen in die Kommentare. Am 15. Dezember um 18 Uhr kommt ein Livestream mit Friskamen wie Bock habt also lasst es mich keine wissen. Gut Duffelback will ich jetzt zum Beispiel hier drauf machen. Das bedeutet wir machen es halt so. Will das Outfit aus. Holt euch ein Fahrzeug was fliegen kann also ein MK2 Helikopter. Wichtig ist natürlich nur euer Charakter muss der Fahrt schon öffnen. Ich bin hier schon weil wir müssen es nachher hier auch abspeichern können also ihr fliegt einfach hoch Dreieck, Fallschirm öffnen, Touchpad, Stil, wählt jetzt das Outfit aus. Wenn euch ein Charakter der Fallschirm auszieht spamt ihr ob die PS4 oder PS5 die X Taste komplett durch. Also ihr wartet jetzt boom ja ganz ganz einfach und jetzt kommt der schwere Teil finde ich. Ihr müsst jetzt noch mal hoch fliegen aber direkt auf dem Maskenladen drauf fliegen. Ja wir probieren es mal wenn ich mache ich also wieder hoch fliegen. Dreieck, Fallschirm öffnen. Wenn ihr es zum Beispiel nicht schafft, ihr landet hier, macht es nochmal. Na ja macht kein Risiko. So spam die Falters nach rechts. Perfekt. Wenn jetzt wichtig ist. Speichern. Ja so. Wo ist man auffällt. Hier. Speichern. Zurück. Fertig. Touchpad, Stil, auswählen. Boom. Ja ganz ganz einfach. Wie gesagt wenn ihr hier landet hoch fliegen nochmal von vorne. Wichtig ist. Ihr müsst hier direkt davor landen. Ne. Und wenn ihr hier vorne seid. Wie gesagt hier. Egal wo ihr seid. Falls das nach rechts. Spammen. Ja. Wichtig. Hat das nicht funktioniert. Müsst ihr alles komplett von vorne machen. Das war's. Ich wünsche euch was. Viel Spaß. Und tschüss. Peace. Dann mehr als ich. Kein Problem. Wähl hier aus was du möchtest. Zum Beispiel Geldbetrag. Alles ausfüllen. Dann auf Warenkorb gehen. Klick hier oben rechts drauf. Gutscheincode. Schreibt dir MrHDR freien. Send ne. Dann bekommt ihr hier einen Rabatt. Wird sich lohnen. Link in die Videobeschreibung. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.